um mein restliches zeug zu finden also ich hole mir jetzt mein restlichen stuf aus kiste oben ach da ist eigentlich nichts wichtiges mehr drin dann hole ich mir das jetzt aus hier hier sind Hühnereier das ist gut noch mehr Hühnchen ich brauche Pilze oh hier ist Schwarzpulver noch mehr Eier Ben noch einen Bogen noch mehr Spinnenaugen Hühnchen noch mal Sprengpulver noch mehr Eier ich sammle eben einfach alles Wichtige irgendwie was wir da oben gebrauchen können heilhydra ja nö hier ist nix drin da ist nix drin gut dann weiß ich noch irgendwas drin in den Öfen nein ja ich schaue in zwei rein dann weiß ich automatisch nix nirgendwo was drin ist so dann gehen wir uns mal wieder auf schnellsten Wege Hallöchen bin wieder da wuhu ah ah Kalle Hubi und Kollegen machen wieder Stress schon wieder ja die beschweren sich drüber dass bei denen gesprengt wurde und dass denen jetzt Knochen fehlen sind die jetzt gerade unten oder wie ich bin gerade unten gewesen jetzt bin ich komme wieder hoch weil ich habe noch ein paar Sachen geholt ich habe insgesamt nur zwei Sachen gemacht ich habe eine Kiste gepflanzt wo es sozusagen Nahrung reinkommt die ich sozusagen geholt habe und ich habe Hühnchen rausgenommen aus einer Kiste und in der anderen Kiste habe ich auch noch gemacht die ist sozusagen die Kiste da haue ich mein Zeug rein aber du hast etwas sortiert glaube ich auch nö ja bei den Tränken eben ja die Tränke sortiert gut und ich habe ich habe etwas ganz Tolles besorgt ich wollte eigentlich Creeper Farm gehen bin aber in mein altes Häuschen meine Mine gegangen und habe da Sprengpulver geholt oh ziemlich gut also kein TNT sondern nur Sprengpulver das ist ziemlich gut und zwar vier Stück dann haben wir schon mal ähm zwölf werfbare ja ich gehe gleich unten mal äh ein wenig Creeper Farm wollte ich auch machen wie schon gesagt also dann ähm haben wir noch haben wir Pilze da drei ich wollte ich auch gucken und ich habe keine Pilze in meinem alten Lager gefunden ähm haben wir hier welche Pflanzen sieben Pilze haben wir sieben Pilze sind schon mal 21 Trink äh 21 braucht man irgendwas zur Verlängerung des Vergiftungseffekts oder das kann man doch auf Gift 2 packen oder äh ne das nur Gift 1 auf 2 Minuten Gift 2 ähm machen wir anders Gift 2 machen wir mit ähm ich habe auch noch Spinnenaugen mir geholt ähm habe ich auch noch ganz viele ich habe 15 Stück das reicht ich habe noch drei also ich brauche ähm ich brauche brauchst du irgendwas noch ich gebe dir mal die das hier ähm ich brauche warte mal ich gucke gerade mal da und äh ich habe noch was schönes besorgt dazu schaust du bitte mal in die Kiste wo ich gerade dran bin coole Redstone das war nicht noch bei mir in der Kiste gut ah ziemlich gut hier können wir die Farm aufmachen wieder und schack schack achso ok Kühnchen ziemlich geil und ich habe noch 52 Federn also ich habe jetzt einfach mal ach ja und was ich jetzt fragen wollte das habe ich auch eben die ganze Zeit immer wieder kurz erwähnt ähm kann ich bei dir oben dann hier oben ein Häuschen bauen so ein kleines äh ja klar ich würde halt ich würde halt ähm bist du oder unterirdisch hätte ich gern so ich bin ja kein Fan von Häuschen überirdisch vielleicht so ein kleines Häuschen so mit einer Treppe nach unten und dann unterirdisch was bauen also irgendwo jetzt hier schon auf der Fläche ein kleines Häuschen bauen das dann einfach überwuchert wird mit Dreck ach so dass du dann einfach dann äh da machst du dann den Weg nach oben kleines Minensystemchen hier unten so in Richtung von meinen ähm ja wir werden das ja eh dann einfach über überdecken sag ich mal mit Erde dass alles sowieso dann später voll dunkel sein wird ähm und dann dann hast du ja dann automatisch dein Minensystem links Teil da ne ah ja und Tiberius hat ein Plugin installiert wo man sozusagen sieht wer TNT playst und wer Feuer legt ja das weiß ich schon das ist das haben wir noch vergessen zu sagen ist ähm einfach wegen wegen zu viel Grief äh hau rein ja Alex ein Teil noch ähm das wollte ich das wollte ich äh hast du hast du Gunpowder noch tu die drei rein tu die drei rein ähm eins sollten wir noch machen wir haben äh du hast ja die Diamanten genommen ne äh ja ja ich hab ähm ich äh ich hab mit Dings geredet mit Can und äh er hat es halt voll scheiße gefunden dass halt irgendwie dass die Diamanten geklaut worden sind okay ja ähm das heißt dass äh du warst der Angegert du hast mich dazu gebracht genau also ist ja egal egal wir stecken da beide leider drin das Problem ist ähm wir haben die Diamanten halt noch ja ähm wo hast du die hingemacht in deiner Kiste hast du die hier 53 53 Stück von denen ja keine einzige von deinen gell ich hab einen Diamanten der liegt daneben das hab ich am Absicht so macht dass ich eben wirklich zwei Stacks hab okay soll ich sie dir geben ne ne äh mach mal anders ähm ich hab ne Kiste irgendwann mal platziert gehabt bei denen direkt nebendran ähm ich guck ob ich da hingehe äh später und leg da die Diamanten einfach rein dann äh dann haben wir sie nicht und äh hatten sie auch nie gehabt ja und hatten sie immer in der Kiste okay mhm ähm wir hatten sie einfach rausgemacht zum Trollen das heißt wir haben also nicht geklaut und ähm ja wir haben sie auch nicht benutzt wir hatten sie auch nie gehabt wir hatten sie wir hatten sie nie ähm benutzt also das heißt da kann man eh nichts sagen ähm ja wir legen jetzt aber wieder zurück äh Holzkiste gibt's schon übrigens Alex was ne Holzkiste nein 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 das ist meine Kiste ach so okay das ist Zeug das mir gehört alles klar ähm ich hab halt da ne Kiste bereitgestellt weil okay ich bau dann gleich noch die Falle oh geht doch passt gut hier sind die letzten zwei äh Gift Katapulte hast du noch äh ah ok wunderbar ähm Gunpowder ist offiziell aufgebraucht ähm du hast noch du hast noch Gifttränke gemacht extra ich hab ich hab noch sechs Stück hier ne nein das waren die restlichen okay ich hab noch sechs Stück in meiner in meiner Ding ähm ich mach jetzt die die äh die Ressourcen ich stell die Ressourcen bereit für ähm also ich hab nachguckt was man für fermentiertes Spinnenauge braucht also ich hab immer noch Zucker fehlt mir noch also man braucht sogar brauchen wir wirklich spezifischen braunen Mushroom äh ja ich glaub schon boah das ist voll genial ich will ihn da gar nicht die warte mal ähm weil ich hab unten ich will ja ich hab schon sieben Pilze test mal aus test mal aus äh ja werfen mal an ich hab die nicht aufgenommen ok warte ich hol sie kurz ähm Zucker brauche ich Zucker kriege ich durch das hier ich hab auch weil ich die Kohle nicht gefunden hab Charcoal gemacht aber Charcoal ist sowas sowas wie das OP-Sebber ich hab dafür mein gutes Akazienholz aufgebraucht ne geht nicht ich hätt Soulcent geht nicht also nur mit den anderen Pilzen ich hab jetzt sieben fermentierte Spinnenaugen mhm da machen wir mal direkt ein paar Instant Deaths ja ich hab ähm also Instant Deaths in Anführungszeichen sieben von denen ähm los ich bin jetzt echt am überlegen ob ich jetzt kurz runtergehe und kurz zu meiner Burg gehe und da das jetzt dann diese Löcher stopfe ja mach das während ich halt die Tränke mache ja ja ähm und ich mach dann äh ich mach noch einen Unsichtbarkeitstrank dass wir äh ich hab extra nichts dabei was ähm hast du hier oben irgendwie so weil ich glaub mir reichen was Netherdings angeht ah kannst du kannst du haben wir haben wir ähm Sand Sand? nö hab ich nicht äh dann nimm dir grad aber wir haben da drüben so ne Wüste ja nimm mal so ein Stack Sand mit oder sowas ich geb dir grad noch ne Schaufel ich hab noch ne Effizienz 3 Schaufel irgendwo rumgammeln ich sag's immer wieder mal Tiberus sollte echt so ein Plugin drauf werfen wodurch man sich so ein Cloud unter Freunden machen kann also sozusagen dass wir beide ein geschlossenes Cloud haben ja wo wir uns dann sehen können in der Tour gibt's bestimmt irgendwo ja ähm ich bring einfach so ein, zwei Stack Sand mit dann machen wir damit noch ähm äh Fläschchen ja weil ich hatte noch ein einziges Fläschchen das hat dir auch gegeben ja eben also wir haben wir machen eine eigene Kiste mit Fläschchen also Erde und Kiel oh ne ich brauch ich brauch Hühnchen ich brauch Essen oh ich hab auch kein Essen mehr ja gut dass ich dann ein Hühnchen gebraten habe oder müsste noch eigentlich ein Ofen drin sein restlich mal gut gehen ja gut dann dann haben wir noch ein wenig Vorrat so ja ich hab noch sechs ich hab zwei Diamantschwerter willst du noch ein Diamantschwerter ich hab noch irgendein normales da äh nein ich hab noch eins selbst aber gib mir das einfach mal ja nimm mal ein paar wobei ich komm ja eh nicht gegen die an wenn die kommen sollten ja ja gegen Mobs achso gegen Mobs ja stimmt dann äh hast du irgendwo noch ne total lumpige Eisenrüstung oder irgendwas ja irgendwo in den Kisten müsste ich hier gewesen sein oder nein so also hier ist nix mehr ich schäme mich so für den werfbaren Trank der Schwäche die bringen so nix ähm ich glaube ich geh mal durch naja ein bisschen was ja ein bisschen aber nicht viel ähm dann brauche ich gleich mal richtig hier ab ähm ein bisschen mehr lumpiges Stuff Zeugs ich hab äh ja ich muss äh hast du ich laber nur scheiße wieder ne ähm aber wir brauchen äh Glas ah hier passt ähm das das und ne Hose Glas hast du keins hier ne Glas leider nein ja ich such grad noch Fläschchen zusammen könnte auch helfen äh ich nimm mal die schlechten Dier Stiefel ja weil die beste sind als meine schlechten Eisen Stiefel weil die schlechten Dier Stiefel halten auch im Vergleich zu den anderen 40 Schäden aus also und ich werde nicht YOLO runteröpfen so da geh ich mal runter und hoffe drauf dass die nicht irgendwo sind naa da siehste ich jetzt niemanden ja dann sollte auch Luft rein sein ich mein die haben keinen Grund irgendwie uns jetzt irgendwie zu töten auch äh doch bin selben wie letzte Woche wieso die ficken sich immer noch wegen dieser gesprengten Scheiße ab ja das wissen die nicht dass wir das sind das lüften wir auch nicht so zwei Fläschchen goldene Karotte brauche ich nicht kann ich ähm du hast schon alles aus deinem Kissen unten rausgenommen oder? ist nix mehr unten ja gut weil was noch irgendwas gewesen wäre was du gebraucht hättest hättest du hochgeholt ja ähm ne hab alles mit äh alles mitgenommen irgendwas zum sortieren Zucker können wir rüberbringen das brauche ich denn weg so das eigentliche Problem ist ich habe keinen netherrack wahrscheinlich mehr weil die die Kiste mit netherrack weggesprengt haben ja also ja die haben dir meine wichtige Kiste weggesprengt na die Kiste die jetzt wichtig gewesen wäre um dir wieder alles hinzubauen ne aber ich hab noch einen stack netherrack 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 ich sag's ja in einer Welt wie der hier wo jeder irgendwie alles weg sprengen will musst du dein Haus aus obsidian bauen ist halt irgendwie echt so ich räume grad ein wenig auf hier noch werfer werfer weiß nicht was ich mit anfangen soll ja ja Bullshit Kiste komm cool redstone Bullshit da werfer rein äh Zucker kann hier rein ist er so ungeordnet bei mir hier gerade da hier hin so ich brauch zweimal lava und obsidian brauch ich mega viel das Dach war eh nicht fertig so jetzt kommt das Problem ich hab kein netherrack kein äh wichtiges dings gebumste mehr 14 obsidian brauch ich ah genau ein close zone ist kaputt gegangen gut dass ich noch close zone hab ja ich hab auch noch 48 aber ich hab ne viel zu hohe effizienz spitzacke die rotzte einfach 2 sekunden weg wo bist du grad achso bei dir zuhause ja ja ich hab gerade gewundert dass äh warum wegen close zone weghauen so einmal das hier rein Stein boah das bräuchte ich hab so viel Müll in meinem Inventar das muss ich jetzt erstmal irgendwie einräumen pflanzliches Zeug achh hab ich hier noch unten Stein rate was ich genau unten hier nicht mehr hab boah geh weg hier genau Stein was macht denn der jetzt hier oben find ich mal mega gay wer Kalle ist oben ach nee doch wahrscheinlich will er dich gleich wieder klatschen pass auf der hat hier nen scheiß da zu machen na für eins kann ich mich bedanken ähm ich kann jetzt meinen Boden besser austauschen weil jetzt sehr viel vom Boden kaputt ist die Treppe da die kann ich nicht mehr umändern das ist das Problem mir fehlt nämlich dazu jetzt echt äh Bruchstein ich brauch Essen und hat mein Bett zerstört ach ne war ich selber ja das hätte ich auch fast vergessen wetten der kommt jetzt gleich zu mir äh Symmetrie achten so bist du bist du zuhause weil ich bin grad oben gestorben und ich bin nicht oben gespawnt ja ich bin hier und der kommt wahrscheinlich eh gleich vorbei und schlägt mich wieder weg weil er wie haben wir das genannt wie haben wir das genannt achja hobbylos ist ich habe ihm einen Trank angeworfen mit was für einem Gift einer nur zum testen was ist da drüben achso also wenn du ihn siehst kannst du ihn einfach hauen